ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, ich bin Marcel und wir spielen hier im Star Wars CD Vollerordner weiter in PS5. Lass geht's! Ich glaube, die Schriften... Oh, bist du Verein? Jedi. Du musst deine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datumi ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig, ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, warte, ich bin nicht hier. Bashi! Ein Feind! Also, ähm, eine Schwester der Nacht. Ein Mann, die magisch gab, eine Schwester der Nacht, die Karl auf Dagny bedroht. Es ist unklar, wie sie auf ihres Zirkels entkam, aber ihr Hass ist offensichtlich. Die Schwester der Nacht empfangt Kami sofort als Drohung und Befall den Brüdern der Nacht, ihn zu attackieren. Wir können gewinnen, Brüder! Hey, die Kaffee! Hey! Ja! Hä? Hä? Du kannst deine Schwäche nicht verbergen! Oh. Du kannst nicht gewinnen, Fremder! Dranbleiben! Gib dir mehr Mühe, Schwächling! Supermove! Supermove! Ich werde dich erledigen, Mistkerl! Hilf mir bitte! Gerne! Äh, Brüder der Nacht, Krieger, geschickt, und Flick, die Stärke, Verteidigung und die Aufmerksamkeit, Nutzung vom Angriffsverfeld sind das an, und weiche ihren Nicht-Pakaten über Kopfangriff aus. Okay. Okay. In Schester der Nacht sind eine männliche Krieger unterspezierte auf den Darmir-Beheimaten-Zarbrack, die vier Jahrhunderte lag, wurde die einfache Gemeinschaft in Schester der Nacht reagiert. Echsen, die über den Planeten herrschten, während der Klonkriege aber dezimiert wurden, die Theoretalen und Fremden gegen extrem feindseligen Kampf in ihrer Reihe sind. Und sehr ordentlich akrobatisch, wenig und wendig und in der einer Vielzahl von Kampfgänger bewandert. Ich höre dich, BD. Zeig mal! Also, wer herkommt. Okay. Sie geht einfach nicht auf. Na, das ist sehr langs. Ja. Nein, verpasst! Mhhh, überhangen blicken! Nein, blieb! Nein, blieb! Weißpunkt draußen! Die Schwester der Nacht überlebte! Irgendwas an ihr ist vertraut! Eine Schwester der Nacht überlebt einen schrecklichen Massaker. Sie war alleine und voller Angst. Die Schwester war tot. Was? Entschuldigung! Die Schreie ist in der Nähe. 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 Noch mehr Nacht, Brüder! Unter uns, Brüder! Wir werden den Liede erledigen! Nein, nein! Hilfst du mir mal, PD? Verhindert, dass er sich regeneriert! Kannst du nicht alle aufreißen! Brüder! 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 Ich glaube, sie ist versiegelt! Hm? Ah, wir finden uns keine... also, also, Gute der Nacht Bogenschütze, weichen nicht blockbar. Geladene Projektile von Energiebögen aus Bären normal schissen sie ab und wirf sie zurück. Friede der Nacht, wütend als Geschäft, männlicher Krieger, der Unter-Spezies, der auf dem Datum ihr beheimat Zoros viele Jahrhäusende war ihr Gemeinschaft den Schwestern der Nacht treu ergeben. Hexen, die über den Kluten herrschten, während der Krieger aber dezimiert wurden. Die Fremden gegenüber eisest feindselig Brüder der Nacht sind Geschickskämpfer, die eine Vielzahl von Waffen einzusetzen müssen. Ihre Reihen finden sie Bogenschütze, deren Fernangriffe mit Giebögen über die natürliche Präzision Sie haben... verfügen, okay. Die Vordi nicht noch bisgesiehen. Die Vordi nicht noch bisgesiehen. Die Vordi nicht noch bisgesiehen. Die Vordi nicht noch bisgesiehen, wir sind ja nur durch. Und da durch. Ich weiß, das geht nicht. Ich werde deine Abwehr brechen Und dann dich Ich werde es schnell zu Ende bringen Ah Ich will mich nicht, guck dir Ja, ich in dir Schach, ich schach, ich Schach, ich bin nicht da Hm Hmmmm Was ist das? Was? Ey! Es ist okay, es ist die Kampf Hey, hallo! Hey hey, hey. Hey, 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 hey! Yeah, super encouragement! Ja, und los geht's. Okay, BD, was ist es? Mann, das Lackführungsrennfahr. Naja, ich finde, da ist blau und bäst. Ja, ich finde, da ist das. Ja, ich finde, da ist das. Ja, Bruder. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Komm wieder her. Auf ihn. Du kannst gegen uns nicht bestehen. Du kannst unsere Stärke nicht überbinden. Du kannst uns nicht mehr aufhalten. Noch ein Stimp. Oh, das ist so. Das ist so. Nein, okay. Dein Ende der Nacht! Hey BD, siehst du mal an? Bitte? Ja, sehen wir's uns an! Ein Richtshirt! Wo ist... Da... na... Neid, okay... Oh, neid... Oh, neid... Okay... Okay, aufhörst du dich schon, dann... Sie sind aber gleich nicht im Mantel mit mir... Oh, neid... Ah! Oh, neid! Oh, neid... Oh, neid... Das ist nicht schlecht. Dann lassen wir ihn durch, komm. Ich hab dich verreicht. Zu. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Oh nein, was kann ich da passen? Oh nein, nein. Kann ich das mal machen? Hm. Dann kann ich ihn nicht. Ich brauche Hilfe. Was ist das da? Ich bin nur dann. Ah. Was ist das da? Ich bin nur dann. Ah. Ich bin nicht oben. Ah. Ein Lebenssensor halten. 2-3. Okay. Nein. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Okay. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht. Oh. Ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind. Als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die? Ja. Unsagbar alt, das ist sie. Nein. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die da entschlummert. Nein, meide sie. Ansonsten wieder fährt das auch dir. Ja. 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 Wir. Ja. 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 Da ist aber nichts, heh. Nein, er fällt sich nicht auf uns, schieb ich nicht. Freie Fall, Trophäerhauter. Nein, ab. Ey, ist doch, ist doch okay. Äh, aber irgendwie ist doch etwas gekommen. Ich verstehe jetzt irgendwie. Aber ich kann ja nicht einmal, obwohl ich... Obwohl ich rauskomme. Hast du Angst, Jedi? Komm, du Hörer. Wird aufhauen. Wird daran nicht kein Fall rum. Was? Er ist kletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Ja. Mit dir erlebt man was. Ja. 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 Ich glaube, sie ist versiegelt. Ja. 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 Danke für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schöne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Schöne. Ja.